Diese Mod lässt euch die Freistaat Danzig in Heu vorspielen. Ich glaube aber, dass ihr nicht viel machen könnt, denn die sind sehr klein. Die haben eine Flagge und Anführer, aber keinen Fokusbaum. Wenigstens haben sie ein paar Berater und ein spezielles Militärgesetz. Diese Mod verbessert aber vor allem Polen. Und das hier ist irgendwie das erste Mal für mich, dass sowas passiert. Der Fokusbaum ist so groß, dass es am Leggen ist. Man kann so viel machen, sogar anarchistisch gehen. Aber ihr könnt so viel mehr entdecken. Wenn euch Modviews wie dir gefallen, solltet ihr den Kanal abonnieren. Das ist die Polen First to Fight Mod. Die wurde von diesen Leuten erstellt.